Triong, Triong, Triong Herr Klemper mimt nun also das Gute, er mimt die lichthafte Gestalt, er mimt Pamina. Sehen Sie also jetzt Herrn Weber, er schleicht sich unbemerkt an Pamina an, bringt sie plötzlich in seine Gewalt, schlägt unvermittelt zu und somit wird das Böse Herr über das Gute und somit hat das Böse das Gute eliminiert. Wir wollen uns der Liebe freuen, wir leben durch die Liebe allein. 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 Triong, Triong, Triong. Triong, 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 Triong. Triong, Triong. Triong, 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 Triong Bald, bald, jüngig wurde nie. Bald, bald, jüngig wurde nie. Mozart! Aplausos